Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder dein Coach Martin und heute kommen wir zum zweiten Teil von den vier Übungen, die so gut wie in jedem Fitnessstudio falsch gemacht werden. Natürlich zeige ich dir auch in diesem Video, wie du sie wieder richtig machst. Kommen wir jetzt einmal zu den Kniebeugen, was da die gängigsten Fehler sind. Nummer 1 Fehler ist immer, du überschätzt dich komplett und nimmst viel zu viel Gewicht. Kommen wir zu den typischen Folgen daraus. Eine Folge ist, dass du immer nur kleine Hochknickse machst, dass du gar nicht erst was runterkommst, weil das Gewicht viel zu schwer ist. Der zweite Grund ist dann auch noch, dass dein Bauch zu schwach ist und dadurch klappst du fast zusammen. Und das ist gar nicht eine richtige Spannung im ganzen Körper, wenn du hier runter gehst und wirklich hier zusammenklappst. Der dritte Fehler, auch wenn du zu viel Gewicht, ist, dass deine Knie da runter gehen und nach innen kollabieren. Wenn du hier runter gehst, dass die dann letztendlich diese Stellung haben. Und das ist auch dauernd wirklich sehr schädlich für die Knie und führt auch auf Dauer zu Verletzungen. So, kommen wir jetzt einmal zu den Kniebeugen, so wie man es wirklich richtig machen sollte mit den einzelnen Punkten, die du auch selbst verfolgen kannst. So, als erstes nehmen wir unten die Stange, packen die Stange auf den Trapez und danach schieben wir die Elb um, unter dem Körper, um die maximale Spannung zu haben. So, wieder einmal raus, mit einem Schritt zurück und jetzt achten wir noch auf die Füße. Die Füße schieben wir 5 Grad nach außen, damit du halt mit den Knien nicht nach innen kollabieren kannst. Schiebst jetzt die Hüfte nach vorn, spannst den Po an, gehst runter, Po wieder nach oben und schiebst die Hüfte wieder nach vorn. Um die maximale Spannung im Oberkörper letztendlich zu haben, ist die Atmung ganz wichtig. Hierfür, kurz bevor du runter gehst, machst du die Pressatmung. Das heißt, du atmest einmal tief ein und wenn du nach oben gehst, atmest du wieder aus. Weil dadurch kriegst du einfach mehr Spannung in den Bauch und kannst auch so den Oberkörper mehr kontrollieren und kippst nicht nach vorne weg. Also, kurz bevor du runter gehst. Ja, und so kannst du wirklich die optimale Kniebeuge machen. Nun kommen wir zum Bankdrücken. Hier gibt es zwei Klassiker, die immer wieder falsch gemacht werden. A, natürlich zu viel Gewicht. Und daraus resultiert letztendlich, dass auch die Arme viel zu weit oben stehen, sodass hier wieder mehr die vordere Schulter mit unterstützt und die Brust gar nicht richtig betroffen wird. Das sieht dann auch folgendermaßen aus. Auch hier sieht man wieder, dadurch, dass auch zu viel Gewicht genutzt wird, macht man auch bloß diese Halmbewegungen und rekrutiert letztendlich auch nicht alle Muskelfasen in der Brust. Kommen wir zur richtigen Ausführung des Bankdrückens. Position Nummer 1. Wir legen uns hin. Und von der Höhe her sollte die Stange auf Augenhöhe sein. Als nächstes richten wir die Hände aus. Ja, hier kann man dann schauen, entweder Redenfinger, kleiner Finger, je nachdem wie lang die Arme sind. Bei mir ist es der kleine Finger. Als nächstes die Handgelenke. Die müssen immer gerade sein. Das ist die Verlängerung des Unterarms. Als nächstes richten wir die Schultern aus. Die ziehen wir hinten eng zusammen. Gegen das leichte Hohlkreuz. Wir stellen die Beine ein bisschen weiter zum Körper, sodass die Hüfte der höchste Punkt ist. Dann kommen die Knie und zum Schluss der Fuß, damit du die maximale Stabilität hast. Wir gehen raus. Und ganz wichtig, die Ellbogen leicht nach innen drehen. Wir gehen runter. Und wieder hoch. Ja, ganz wichtig, die Ellbogen sollten um 45 Grad fliegen sein, um die Brusten maximal zu treffen. Bei den Bauchmuskeln gibt es echt immer einen Fehler, den sehe ich zu 90 Prozent überall. Den zeige ich dir jetzt auch einmal. Und zwar, klar, pack mal die Füße halt runter und runter, um mehr Stabilität zu haben. Dann geht nach hinten. Und arbeitet hier schön bis nach oben. Ja, es ist einfach. Das könnte ich den ganzen Tag machen, aber der Bauch wird dabei nicht wirklich trainiert. Problem ist letztendlich, dass die Füße hier einmal fest verankert sind. Und wir arbeiten letztendlich nur noch aus dem Hüftbeuger, aber nicht mehr aus dem Bauch. Deswegen fällt es auf jeden einfach. Und, anderes Problem ist auch gleich wieder, dass wir hier nicht aus dem Bauch nach oben gehen, sondern aus dem Rücken. Ja, seht ihr hier schon komplett, der Rücken ist gerade und ich arbeite hier nur aus der Rückenmuskulatur und treffe den Bauch dabei gar nicht. Bei den Bauchmuskeln ist entscheidend, dass wir Ansatz und Ursprung zusammenbringen. Das heißt, der Ansatz der Bauchmuskulatur ist hier oben an den Rippen und endet unten am Schambein. Und da ist es ganz wichtig, Ansatz und Ursprung zusammenzubringen. Erst dann kannst du den ganzen Bauchmuskel richtig trainieren. Das zeige ich dir einmal, wie du es richtig machst. Ja, wir legen uns einmal hin. Ganz wichtig, die Fasen stellst du an, um den Hüftbeuger auszuschalten. Du bewegst dich hin, nimmst die Arme entweder vor den Körper oder an die Schläfe und rollst dich hier schon leicht ein. Dadurch, dass du den Oberkörper anhebst, hast du schon eine Grundspannung im Bauch. Und jetzt stell dir vor, du bringst die Nase zum Bauchnabe. Ja, entscheidend ist auch hier wieder, nicht zu hoch zu gehen. Bei dem Winkel, wo ich jetzt gerade war, trainierst du den Bauch optimal. Gehst du auch nur vom Winkel noch ein Stück höher, hast du wieder mehr den Hüftbeuger, der arbeitet. Ja, indem ich einmal wieder die Beine anstelle, habe ich auch wieder den Hüftbeuger mitaktiviert und komme auch hier wieder nach oben. Ja, dieses ganze Stück, was wir gerade hatten, kam jetzt nur aus dem Hüftbeuger, aber nicht wirklich aus dem Bauch. Ja, also von daher achte auf den Winkel, stell die Fersen dabei an und dann kannst du wirklich optimal den Bauch trainieren. So, beim Seithehmen, um die mittlere Schulter gut trainieren zu können, gibt es immer einen Fehler, den ich so oft sehe. Das ist folgender. Ja, dass man hier die Arme komplett nach oben reißt und dabei auch noch nach hinten geht. Ja, da trifft man auch nicht mehr wirklich die mittlere Schulter, was man eigentlich bezwecken will. Ja, man geht eher auf die hintere Schulter, aber nicht wirklich auf den mittleren Schulterkopf. Und ich zeige euch natürlich wieder, wie ihr das Seithehmen korrekt ausführt, um den mittleren Schulterkopf wirklich treffen zu können. Hierfür ist ganz wichtig, dass wir einen sicheren Stand haben. Wir nehmen die Schulter wieder nach hinten unten und machen den Bauch wieder fest. Und jetzt kommt auch der entscheidende Tipp. Die Kurzhante drehen wir leicht nach innen, führen sie nach oben und hier ist es entscheidend, dass der Ellbogen der höchste Punkt ist und dann haben wir den Abfall zur Hand. Ja, ich zeige euch das nochmal komplett. Sicherer Stand, Schultern nach hinten unten. Und dann drehen wir leicht ein und führen sie dann nach oben. Ja, der Ellbogen ist immer der höchste Punkt. So treffen wir die mittlere Schulter optimal. Ja, und da merkt ihr auch schon, wenn ihr ein paar Wiederholungen macht, dass es extrem in die mittlere Schulter reingeht. Die fängt dann auch sehr schnell an zu brennen. Und da ist es wirklich optimal, genau diesen Winkel auszuwählen. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und du kannst es bereits in deinem nächsten Training einbauen. Schau es dir gerne immer mal wieder an, damit es für dich verinnerlichen kannst. Wenn du auch die anderen vier Übungen sehen willst, die meistens falsch gemacht werden, kannst du hier oben gerne zum Teil 1 klicken. Wenn du bisher meinen Kanal noch nicht abonniert hast, kannst du hier unten gerne ein Abo dalassen, damit du keine weiteren Videos rund um Fitness und Ernährung verpasst. In diesem Sinne, mach's gut!